Hey und meine Raubauken, herzlich willkommen. Ich ignoriert meine Haare, Leute. Es ist Samstagvormittag. Besser wird es heute auch wirklich nicht mehr, aber darum soll es gar nicht gehen. Ich möchte euch nämlich eine geheime Minecraft-Basis zeigen. Ihr seht schon, der Weg, der führt hierhin, aber der ist ja gar nichts. Und jetzt kennt man das, vielleicht Baumstaben, boom, boom, versteckte Blöcke, boom, boom. Aber nein, heute sind wir ganz professionell und zwar wie auf einem Minecraft-Thumbnail, Leute. Boom! Kann man auf, kann man zu, kann man wieder auf, kann man rein, kann man zu. Junge, das ist weit aus, was machst du hier? Und hier meine wunderschöne Underground-geheime Basis, Leute. Und ich vergessen, am Montag, den 8. November erscheint auch mein Roman, Zuschlagen.